... ... ... ... ... ... Das ist doch schon wütendig. 20 Euro Schulden hast und manch noch guckt, die Euro Schulden sind. Ja, das können Sie betreiben. Neu und 150 Euro. Das sind aber 100 Euro Schulden. Das macht aber nichts. Der hat doch bei Pramon gesehen schon leider so gehalten. Ja, gut. Nicht gelaufen. Nichts gemacht. Das ist doch ein bisschen. Das hat gesagt, wie der andere ist. Der hat es mir gelesen. Er hat die Hälfte nicht so gemacht. Die Hälfte hat die Hälfte, wie der andere Gäste. Das ist ein bisschen zu gut ausgeben. Aber ich spreche hier, dass die Hälfte nicht so einfach sagen. die die er die 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 mit so keinen Druck. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ein kleines Rund Krupp der Schädliche Krupp 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 was muss man das machen? Stimmt Krupp 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 L Kru aber auch der Einwanderung ohne Wolle K Juli da war ja auch die die Geld ist an der Kilo das wurde die aufgelistet wenn sie dann natürlich in der Mathe zu sehen und in der Oberbürgermeister alles im Kasten